Ja, und ein weiteres Video, das ich nachproduziere, denn seit gestern gibt es etwas Neues, zumindest bei mir ist das jetzt schon verfügbar, in meinem Plus-Account allerdings. Also das ist jetzt nur für Plus-Nutzer interessant oder relevant, beziehungsweise für welche, die es dann werden wollen. Und zwar kann man jetzt inzwischen mit DALI Bilder generieren lassen. Also DALI ist eine KI für die Bildgenerierung. Viele kennen MidJourney, es gibt auch noch viele andere. Und DALI ist auch von OpenAI, also von der gleichen Firma, die ChatGPT erstellt hat. Und das ist jetzt hier in GPT-4 integriert. Ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bei allen freigeschaltet. Das wird so nach und nach ausgerollt, dieses Feature. Tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, auch über Twitter, Social Media, bin ich momentan scheinbar der Einzige, der dieses Feature schon hat. Es kann also sein, wenn du das jetzt ausprobierst, dass es bei dir noch nicht zu sehen ist. Das wird aber in der Regel innerhalb von ein paar Tagen, denke ich, für alle Plus-Nutzer zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall kannst du das hier oben einfach aktivieren. Ich habe das jetzt bei mir schon gemacht. Will er das jetzt? Einfach hier anklicken. Wir sehen dann hier keinen visuellen Hinweis. Aber wir können jetzt ganz normal hier mit ChatGPT agieren oder interagieren, aber auch direkt eben Bilder erstellen lassen. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, mach mir ein Bild zum Thema so und so, in dem und dem Format, in dem und dem Stil. Ich kann auch, und das zeige ich nachher noch, von einem bestehenden Chat sagen, mach mir mal ein passendes Bild zu diesem Thema. Und wir fangen jetzt mal einfach an. Und ich kann jetzt hier einfach einen Befehl reinschreiben. Und das Gute ist, ich kann hier ganz normal mit dem Tool sprechen. Ich muss also nicht, wie zum Beispiel bei Mid-Journey, bestimmte Parameter übergeben für das Seitenverhältnis, für den Stil und so weiter, sondern man kann hier einfach ganz normal mit dem Tool kommunizieren. Da könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben, ich brauche ein Bild, das jemanden zeigt, der an seinem Laptop sitzt und einen Online-Kurs absolviert. Absolviert, so. Bitte im Format 16 zu 9. Du kannst dir also auch ein beliebiges Format angeben. Standardmäßig werden die Bilder 1 zu 1, also quadratisch erstellt. Wenn du ein anderes Format brauchst, dann einfach angeben. Hochformat, Querformat, du kannst auch direkt so ein Seitenverhältnis angeben. Das funktioniert ganz gut. Das lassen wir jetzt mal ausführen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das dauert in der Regel ein paar Minuten. Jetzt sehen wir hier, er macht jetzt vier Vorschläge quasi. Wir sehen auch die sogenannten Prompts, die er jetzt nutzt dazu. Das können wir uns auch dann nachher nochmal ein bisschen genauer anschauen, wenn er fertig ist. Und das dauert jetzt mehr oder weniger lang. Ich hatte auch schon mal das Problem, dass die Bilder nicht generiert wurden, weil der Server ausgelastet war. Wahrscheinlich testen das jetzt eben Millionen von Menschen, die das jetzt zur Verfügung gestellt haben. Bei mir ging das jetzt sehr schnell. Und das sieht schon mal ganz interessant aus. Und wir sehen, er hat jetzt hier verschiedene Stile auch gemacht. Das hier sieht eher fotorealistisch aus. Hier haben wir so Illustrationen. Wir können die jetzt hier einfach anklicken. Und das sieht schon mal ganz nett aus, sage ich mal. Wir sehen hier auch, der Fotorealismus ist im Vergleich zum Midjourney noch nicht ganz so gut. Also in dem Bereich hat Midjourney meiner Meinung nach noch die Nase vorn, wenn es um wirklich fotorealistische Bilder geht. Wo Dali tatsächlich ein bisschen besser ist, ist Hände, wobei die hier auch relativ komisch aussieht. Aber Finger kriegt das Tool meistens besser hin. Was er jetzt hier nicht hat, Text funktioniert auch. Nicht immer perfekt, aber wir können auch dem Tool Text übergeben. Da zeige ich nachher noch ein Beispiel. Und wir gucken jetzt mal durch hier, was er da gemacht hat. Das sieht auch ganz cool aus eigentlich. Das sieht sehr gut aus sogar. Auch das finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, könnte man verwenden. Und ja, das ist okay. Das ist jetzt ein sehr minimalistischer Stil, sage ich mal. Aber das passt. Jetzt können wir natürlich die einzelnen Bilder runterladen. Die sind dann im PNG-Format. Über diesen Button hier, du siehst auch den verwendeten Prompt hier nochmal. Also die Aufforderung. Vektorgrafik hat er hier jetzt gemacht. Da ist jetzt eine Illustration. Ein Foto. Und auch hier ein Foto. Diese Prompts kannst du dir kopieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel Mid-Journey hast, kannst du natürlich diesen Prompt so wie er ist bei Mid-Journey mal reinhauen und gucken, was da rauskommt. Und das sind teilweise schon erhebliche Unterschiede, weil diese Befehle anders interpretiert werden. Es muss jetzt nicht schlechter oder besser sein. Es wird was anderes dabei rauskommen. Aber wenn man beide Tools nutzt, kann man ja dann das beste Ergebnis auch nehmen. Gut, wir können jetzt aber weitermachen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, das dritte Bild, das ist glaube ich die Illustration hier, genau. Das dritte Bild gefällt mir ganz gut. Können wir mal versuchen. Das dritte Bild, die Illustration sicherheitshalber. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob er wirklich so 1, 2, 3, 4 durchzählt. Ich vermute es, aber das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Gefällt mir gut. Bitte mehr in dieser Art. Auch hier können wir also interagieren. So wie wir es gewohnt sind von ChatGPT. Wir können das, was er uns erzeugt, aufgreifen, aufnehmen und damit weiterarbeiten. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Wir warten mal kurz ab. Ja, und das sieht auch ganz interessant aus. Wir sehen, das ist jetzt teilweise sehr anders. Aber macht ja nichts. Ja, nicht schlecht. Gucken wir mal weiter. Auch interessant, vor allem das hier, dieser Laptop. Das passt jetzt so irgendwie überhaupt nicht zusammen, aber ich finde es cool. Das ist ein bisschen altertümlich so hier und dann aber das Headset und der Laptop, der interessante. Nett. Auch sehr cool hier mit dem durchsichtigen Ding. Ist vielleicht die Zukunft, dass man irgendwann durchsichtige Displays hat. Ich weiß es nicht. Aber vom Stil her gefällt mir das auch sehr gut. Auch das ist jetzt nicht so übel. Ja, ist jetzt hier mit dem Baum und dem Rücken, passt nicht so ganz, aber ja. Okay. Könnte man nutzen. Wir können noch weitergehen. Zum Beispiel können wir mal versuchen, Ersetze beim, mal gucken, ob das jetzt funktioniert, beim dritten Bild, den Laptop mit einer, keine Ahnung, einer Zeitung oder einem Tablet, mit einem Tablet. Und jetzt mal schauen, ob er das hinbekommt. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen anders. Ja, das war halt dieser Prompt hier. Wir gucken uns den mal nochmal an bei diesem Bild hier. Illustration of a teenager with Middle Eastern Descent, 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 glaube ich. Ja, das ist halt hier so eine Art Umhang oder was das hier sein soll. Und bei dem Bild hat er das halt ein bisschen anders interpretiert. Aber prinzipiell sieht das schon sehr ähnlich aus. Das ist eine ähnliche Art. Und jetzt kann es natürlich weitergehen. Okay, das gefällt mir jetzt nicht mit diesem Umhang oder was das sein soll. Ersetze das bitte oder ändere mal die Farben. Ja, das können wir auch versuchen. Das machen wir vielleicht noch. Ich sage jetzt mal, Orange sollte die dominierende Farbe sein. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Ich hatte es schon mal getestet mit ganz bestimmten Farbwerten sogar. Also hexadezimale Farbwerte. Das hat nicht so funktioniert. Mal schauen, ob er das jetzt hier hinbekommt. Wir sehen aber schon im Prompt, Dominant Shades of Orange stand jetzt hier. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Du siehst also, du kannst hier sehr detailliert einfach die Bilder nochmal anpassen. Es wird nicht immer vollständig identisch sein. Aber wir können Details ändern. Wir können die Farbstimmung ändern und so weiter. Also das finde ich schon ziemlich cool. Und wie gesagt, für fotorealistische Bilder würde ich weiterhin bei MidJourney bleiben. Aber für Bilder in einem anderen Stil. Ja, man kann auch mal schauen, was passiert, wenn er das als Ölgemälde machen soll oder als Bleistiftzeichnung. Einfach mal ausprobieren. Ja, experimentiert da mal rum. Auch mit verschiedenen Formaten. Und ich finde das eigentlich ganz cool. So, jetzt gibt es noch einen anderen Anwendungsfall. Und da möchte ich dir einfach mal einen Chat zeigen, den ich vor kurzem durchgeführt habe. Und zwar habe ich meinen TYPO3 Newsletter promotet. Ich gehe mal ganz nach oben. Es gibt hier einen Prompt, den habe ich, glaube ich, auch in dem PDF. Ich habe den inzwischen auch ein bisschen angepasst wieder. Ich habe hier einen Newsletter, der kommt einmal im Monat raus zum Thema TYPO3. Und den promote ich ab und zu auf Social Media. Und dann habe ich hier diesen Prompt. Den gehe ich jetzt nicht durch. Ich gebe hier ein paar Informationen, um was geht es denn. Und sagt dann, er soll mir Social Media Posts für die verschiedenen Plattformen schreiben, auf was er da achten soll und so weiter. Hat er hier ein paar gemacht. Die haben mir auch ganz gut gefallen, glaube ich. Dann habe ich das gleich nochmal auf Englisch machen lassen, weil dieser Newsletter mehrsprachig ist. Deswegen poste ich das Ganze auch noch auf Englisch. Irgendwann fand ich die Beiträge dann okay, beziehungsweise die musste ich dann nochmal korrigieren im Englischen. Aber jetzt habe ich gesagt, erstelle mir ein passendes Bild. Und dann hat er das hier gemacht. Und wir sehen, aha, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Vor allem er kann Text. Er kann es nicht immer perfekt. Hier sind ein paar Fehler drin. Vor allem Typo 3 wird ja groß geschrieben, Markenname. Aber das geht schon in die richtige Richtung. Dann habe ich gesagt, bitte nochmal. Achtet darauf, dass Typo 3 groß geschrieben wird und die Bilder im Format 16 zu 9. Okay, hat jetzt auch noch nicht ganz perfekt funktioniert. Das Format hat geklappt. Hier hat er noch nicht so ganz kapiert, was ich eigentlich wollte mit dem Großschreiben. Da auch noch nicht. Hier schon. Also das ist dann auch das Bild, das ich tatsächlich genommen habe. Ich habe das dann noch ein bisschen in Photoshop bearbeitet. Habe zum Beispiel dieses komische Logo hier entfernt und die falschen Schreibweisen von Typo 3 geht ja in der aktuellen Photoshop-Version sehr einfach, auch mit diversen KI-Tools. Aber das fand ich schon ganz cool eigentlich. Auch das hier ist eigentlich nicht schlecht. Hier ist halt ein Tippfehler wieder drin. Da stimmt der Text noch nicht so ganz. Aber ansonsten ganz cool eigentlich. Da habe ich gesagt, ich finde das dritte Bild mit dem Briefkasten nicht schlecht. Kannst du mir davon ein paar Variationen geben? Das hat er dann gemacht. Die fand ich jetzt nicht so toll. Vor allem war Typo 3 dann wieder falsch geschrieben. Gut, das könnte man tatsächlich in Photoshop vielleicht noch korrigieren, wenn es relevant ist. Also vielleicht macht er es ja auch richtig im ersten Anlauf. Dann habe ich gesagt, okay, bitte nochmal verzichtet dieses Mal vollständig auf Texte in den Bildern. Und das hat nicht funktioniert, komischerweise, obwohl es im Prompt drinsteht. Without any text. Aber das hat er jetzt nicht gemacht. Vielleicht hätte ich es irgendwie anders formulieren müssen. Ja, und ich habe auf jeden Fall dann eins dieser Bilder genommen, habe es in Photoshop noch ein bisschen korrigiert. Aber auf was ich hinausfühle, wenn du jetzt einen Text schon hast, dann kannst du den einfach da rein posten. Also du kannst einen fertigen Text rein posten, du kannst einen erstellten Text hier nutzen und dann sagen, mach mir mal ein Bild, was zu diesem Thema, zu diesem Text passt. Und wenn man das ein paar Mal durchgeht, dann kann da was ganz Cooles bei rauskommen, denke ich. Also ein sehr cooles Feature. Ich werde es nicht immer nutzen. Ich werde für viele Sachen sicher weiterhin mit Journey nutzen, aber für bestimmte Sachen, warum nicht? Finde ich sehr cool. Ja, ein weiteres cooles Feature kann ich dir leider noch nicht zeigen. Das soll auch bald kommen. Bei mir ist es noch nicht verfügbar, dass man tatsächlich auch hier in ChatGPT, also in der Web-Oberfläche, aber auch in der Smartphone-App, Bilder hochladen kann, die ChatGPT dann quasi sieht. Wir können ja jetzt schon über diesen Advanced Data Analyzer Bilder hochladen und dann zum Beispiel Farben extrahieren lassen und so weiter. Aber diese neue Funktion kann dann diese Bilder tatsächlich sehen und beschreiben und dann mal gucken, was dann damit möglich ist. Das Feature habe ich leider noch nicht. Sobald es kommt, werde ich auf jeden Fall ein entsprechendes Video nachliefern. Gib mir gern Feedback, ob das Feature bei dir schon zur Verfügung steht. Komm ins Forum, komm in die Facebook-Gruppe, die ich erst vor kurzem eingerichtet habe und teile gern mal die Ergebnisse auch. Das würde mich wirklich interessieren, für was du das nutzt und wie das bei dir funktioniert.